Quo Vadis SV Mattersburg, Quo Vadis Gerald Baumgartner. Nach der Pleite in Hartberg hätte alles besser werden sollen, aber es sollte heute zu Hause gegen den WRC noch schlimmer kommen. Die Mattersburger in der Anfangsphase gar nicht so schlecht. Hereingabe René Renner und Marco Quasiner mit der besten Möglichkeit für die Mattersburger in der ersten Hälfte, bringt den Ball aber nicht an Alexander Kofler vorbei. Dann die 24. Minute, Flanke Höller und dann springt der Ball an den Arm von Michael Nowak. Aber es gibt eine aktive Handbewegung von Nowak Richtung Ball. Für mich ist da Elfmeter zu geben, die Pfeife von Schiedsrichter Sebastian Gießhammer bleibt stumm. Dann der rasche Auswurf von Kofler, viel Platz für die Wolfsberger Orgel Marcel Ritzmeier. Und der hat das Auge für Michael Lindl. Markus Kuster streckt sich, kann den Ball berühren, aber nicht mehr entscheidend abwehren. Der erste Treffer von Lindl seit seiner Rückkehr nach Österreich. Guter Schuss. Kuster taucht runter, kriegt den Ball, kann ihn aber nicht mehr bändigen. 1 zu 0 für den WRC. Fünf Minuten später plötzlich Marc-André Schmerberg völlig frei und staubtrocken vollendet er ins lange Eck. Doppelschlag für den WRC. Hier das Foul von Patrick Salomon an Michael Nowak. Sebastian Gießhammer macht das gut, lässt die Vorteilsregel walten. Und Wolfsberg nützt das wunderbar aus. Böser Einstieg von Salomon, hätte eigentlich seine vierte Gelbe im vierten Spiel geben müssen. Aber bestraft werden die Mattersburger heute ohnehin ziemlich oft. Es geht weiter mit den Aktionen der Kärntner. Unmittelbar vor der Pause. Der Wargel setzt sich gegen Höller durch. Und dann schauen da vier Mattersburger zu, wie Marc-André Schmerberg schon wieder trifft. Der zweite Treffer für den Ex-Kratzer. Höller, nicht entschlossen genug gegen Orgel. Und dann drei Mattersburger plus Kuster als Zuschauer beim Abschluss von Schmerberg. Das Ganze natürlich auch vor den Augen von Präsident Martin Bucher. Wie wird er in der kommenden Woche reagieren? Das ist die große Frage. In der zweiten Hälfte offensive Highlights der Burgenländer. Gar nicht so schlecht ihre Angriffe. Wieder rennt diesmal auf Andreas Gruber, den die Wolfsberger da völlig alleine lassen. Aber sinnbildlich für die Darbietung der Mattersburger gelingt auch das nicht. Den Wolfsbergern gelingt an diesem Tag alles. Michael Lindl aus 50 Metern überlistet er. Markus Kuster, der zu weit aufgerückt war, unglaublich clever vom Routinier. Orgel will einen Angriff einleiten mit ein paar Pässen, aber nichts da. Lindl sieht, dass Kuster zu weit draußen ist und bringt den Ball tatsächlich genau an die Unterkante der Querleiter. Und von dort geht er rein. Dieser ausgefuchste Michael Lindl auch schon mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel. Die Partie damit entschieden. Hart mit der Flanke auf Thorsten Mahrer und Alexander Kofler mit einer Prachtparade. Auch defensiv gelingt bei den Wolfsbergern heute eigentlich alles. Tolle Aktion von Alexander Kofler. Dann wird Patrick Salomon zu Bunt. Er tankt sich durch, lässt alle stehen. Guter Haken an Sollbauer vorbei. Und wieder Alexander Kofler dazwischen. Starke Phase der Mattersburger, die aber nicht mit einem Treffer belohnt wird. Und so kommt's, wie es kommen muss. Lindl schaltet und waltet. Was für ein Pass. Genau aufs linke Bratzl von Marc-André Schmerböck. Und der wieder mit einem sehenswerten Abschluss. Staubtrocken macht er das wieder mit dem linken Fuß. Vom feinsten diesmal überhaupt keine Abwehrchance für Kuster. Das Schicksal der Mattersburger nimmt seinen Lauf. 5 zu 0 und es sollte noch immer nicht genug sein. Marcel Ritzmeier mit dem wunderbaren Auge für Lindl. Dreimal Schmerböck, dreimal Lindl. Er gibt 6 zu 0 und das noch dazu auswärts für den WRC. Hier aber in der Entstehung ein Foul an Renner von Schweidel. Nicht gegeben von Gießhammer. Und am Ende nützen die Wolfsberger das aus. Ritzmeier mit dem zweiten Assist am heutigen Abend. Der WRC gewinnt zum allerersten Mal in der Bundesliga in Martersburg. Und dann gleich mit 6 zu 0. Und der SV Martersburg ist damit wohl endgültig in einer tiefen Krise. Wäre schön zu wissen, was Gerald Baumgartner, der Christian Itzer, geflüstert hat. Konstanze Weiß mit den Interviews.